wunderschönen guten mittag freunde meine mutter und ich gehen jetzt zum leckeren asiaten und ich dachte mal neuer vlogstil neue art und vor allem erste kamera und dafür gibt es erstmal ein asia vlog und wenn ihr das nicht verpassen wollt bleibt dran und wir sehen uns nach dem intro round one round two round three round four freunde das essen ist jetzt fertig und hier noch zum abschied ein bisschen schöne aufnahmen für euch und ja ich weiß nicht wie lange das video ist ist ob es jetzt nur zwei minuten ist oder fünf minuten ist oder drei minuten ist aber erstmal geht es jetzt nach hausten weil heute haben wir es 34 grad und naja das ist alles andere nur nicht so kalt deswegen freunde wir sehen uns auf dem rückweg noch ich habe noch eine kleine ankündigung für euch das interessiert bleibt noch dran deswegen vergesst nicht einfach einen schönen tag zu haben heute egal ob wir mit familie oder ohne und ja wir hören uns bis gleich mal mal also mal